Es geht auch um die Kamera, die hinter mir ist. Da musst du jetzt lang warten, bis die kommt. Ich muss mal stehen bleiben, kurz. Achtung, Abstand, gemacht. Der ist gefährlich hier vor uns, der fährt nicht so schnell. Der dritte Drittgang, vorder-rechts, schalten wir in die Vier hoch. So, greifen an den Vier, gibt es noch mal Gas in den Vier. Zurne, links wieder dritter Gang. Das ist ganz dabei, noch in der Frischandgast. Siegung auf, Postbettvoll steht auf die Geraderaus. Wie schaust du dich vor? Die Schauspielung des Flussrücktes. Die Rache und die Gäste wird in den Robben mehr im Gefahr. Die Gäste haben die Rolle umgedrückt. Die gleiche Formen machen. Die Gäste sind in den Reis. Oder die Gäste sind in den Abstandsraum. Die Gäste sind in den Sonnenunternehmens-Jäsen-Jäsen-Jäsen-Zuhen. Was? Ich vertraue dem hier vorne nicht, der fährt so komisch, siehst du doch. Stopp, 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 stopp. Es wird ein bisschen entspannter, nicht zu viel auf der Karte. Mach das Auto nur unruhig. Und immer die brechenbreite Autos von vorne aus der Räne. Mach das Auto nur unruhig.